Musik 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 Joe hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play let's play Minecraft Nunjutschweb da ähh wer ist einmal der im Mente auch Bodengrad mhm Wo man mit den geilen Ausblick hat wir werden wir uns in dieser folge einmal ein bisschen auf nahrungssuche begeben haben gedacht und jetzt haben wir ein bisschen das haus einmal von außen angeschaut das schaut gar nicht so schlecht aus findet ja jetzt könnt ihr wer kann man das machen ob es euch abgefällt nochmals mit ihm war backup vielleicht bekomme einfaches video leiten dann war sie ja ich gefällt mein häuschen ja irgendwie dies doch schaut ein bisschen geil aus aber uns gefällt mir nicht so gut ist desto um da muss ich noch ein bisschen was ändern habe ich gerade gemerkt da hat es irgendwann dreck wo das sand geht genauso das muss man durch stein ersetzen wenn es einfach irgendwie trof ausschaut wenn man auf alle seiten so den nummer hat Prozent ich meine zwei macht der seiten komplett stein nimmt an zu haben als komplett steinnehmer ja und dann hat es schon ein bisschen besser aus schön stufig und jetzt haben wir doch dann bauen wir uns da hinten seinen garten hier und da haben wir eh unser kleines wetzenfeld und deswegen werden wir jetzt einmal ein bisschen auf Dingssuche gehe auf Samensuche genau wir haben Knochen 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 ja das kann man ihm mittags aussetzen so 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 Scheiss da mal weg Mann, 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 ich brauche jetzt da Samen und nicht immer nur Puff, Puff, Puff Ja Ja Ja, haben wir mal den ganzen Käse wieder weg Weg damit, dann weg damit Auch weg, mei, mei, mei Ja, da sind jetzt ein bisschen mehr Hm 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 Hm, hm, hm Ja, jetzt haben wir eh 20 Derweil Das reicht dann mal für kurze Zeit Jetzt soll ich mal wieder was ernten Oh, da ist noch nichts fertig Weil ich unbedingt Brot brauch Zum Futtern Ah, da haben wir noch ein paar Oh, da kommt ganz schön viel Samenzeug raus Was ist da Ah, 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 ah Jo, nochmal einer Sau Hä, hä, hä Hä, hä, hä wofür Oh, ha, ha, oh, Kaunei Creeper, bitte SchneID Pen, 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 pen Gute Nacht Gute Nacht acht nein ich hab's noch mal schreiben genau oder das ist unfair verreckt man ja gleich es geht jetzt müssen wir uns werkzeug machen für stein haben man da wenn man sehen als ein kleines brückchen rüber bahn haben wir gedacht schwimmen 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 nochmals was unser kuh der hülle die droht reisen war arbeiten nicht aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit haben wir gedacht dass wir dann mal unter Tage gehen was war das? ja und das wäre der zu kürzene Aufnahme weil er noch futtern muss unbedingt oh man das ist doch viel Dreck Gott sei Dank das gemäuse Festfeld brauchen ja von der Seite schaut es ein bisschen komisch aus aber naja kann man mit leben Luft der Tinten verspeist uns nicht jetzt haben wir auch wieder 41 Steine da noch ein Mittelwürfel sind es 3 plus ja genau jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte dollen scheiße rein dann haben wir ja Steine dann haben wir das Werkzeug dann haben wir die Steinschaufel haben wir da irgendwas drin nehmen hm wie könnte man das jetzt bauen jetzt müssen wir glaube ich erst einmal das Loch da heran auffüllen weil das einfach mal scheiße ist scheiß Creeper Viecher dann haben wir gedacht nehmen wir uns da so Steine und dann bauen wir uns da so eine Wand hoch ich bin auch ein bisschen ja ich bin auch ein paar ein bisschen Erde deswegen grabe ich jetzt da einfach mal so ein bisschen runter und ich habe mir gedacht dass wir da irgendwie so Treppen her bauen haben wir eh so viele ach scheiße was mache ich was mache ich so tief kann ich nicht gehen das müssen wir erst weiter vorne machen oder können wir erst weiter vorne machen ja und jetzt haben wir wieder keine Fahrräte mehr ist klar so und deswegen habe ich da einfach ein bisschen tiefer gegraben weil das Gelände ja fällt und dann gehen wir mir einfach ein bisschen mit meinem Gelände und so machen wir auch ein bisschen Erde und dann können wir uns da so kleines Fältchen hier bauen so jetzt müssen wir uns da hinten habe ein bisschen Steine weg da hinten ist jetzt glaube ich eh machen wir den See vielleicht ein bisschen tiefer und das schaut jetzt schon scheiße aus jetzt fließt es da ist es so stark rüber das gefällt mir jetzt eigentlich nicht dann müssen wir jetzt erst noch warten bis wir irgendwie Eisen haben jetzt haben wir einfach mal die ganzen Steine da haben wir einfach mal den ganzen Kaktor weg jetzt haben wir wieder 28 Pflastersteine da haben wir auch weitschen da haben wir auch weitschen genau und dann haben wir dann so eine Treppe hin und da bauen wir uns dann einfach so einen Zaun rund um ja gut und das war es schon wieder mit meinem Let's Play ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge äh äh Likes Kommentare Abos ähm ähm teilen vom Video würde mich sehr freuen äh ja ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal ich hoffe euch hat es gefallen äh jetzt klatschen wir noch schneiden so ab Pflastersteinwand draußen hin und dann wäre das Video beenden und ja ich hoffe dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen klatschen 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 und es geht uns aus ok wir sehen uns in der nächsten Folge bis shopen bei bei Brüse